Servus Leute, wir spielen ein neues Spiel. Euer Blacky Wolfi. Just Cruises 4. So, wir spielen ein neues Spiel. Jetzt geht die Party richtig ab, Leute. Ein Ex-Agency-Mitarbeiter Rico Rodriguez. Seit unserem Rückzug aus Medici war sein Aufenthaltsort unbekannt. Er ist verantwortlich für die Absetzung mehrerer Staatschefs. Die schwarze Hand hatte schon mit ihm zu tun, in San Esperito. Dort hat er unseren Arbeitgeber ermordet, Präsident Salvador Mendoza. Außerdem sorgte er auch in Medici für den Sturz von Sebastiano Di Ravello. So ein böser Junge. Obwohl die Agency auch involviert war, das ist sein Kontakt, Tom Sheldon. Wissen wir, dass Rodriguez persönliche Gründe hatte, Medici zu befreien. Sie haben mir schon mal von dem Mann erzählt, Kommandant Morales. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Senor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinem Miguel Rodriguez? Hm. Hm. Und? Und er ist hier. In Solis. Jetzt. Jetzt. Hey, da. Er ist da. Leute. Er ist einfach da. Also, das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt Iapa. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. So. Du schaffst das nicht alleine. Ich hab Leute, die uns helfen. Mira, ich hab sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komm klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schief gehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen. Wir zerstören Projekt Iapa. Hab gemacht. Hm. Na gut. Dann viel Glück. Viel Glück. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. Kommunikations-Check. Höre dich laut und deutlich. Ich behalte deinen Fortschritt aus sicherer Entfernung im Auge. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Wow. Kommst du da rüber? Ja. Okay. Wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Das ist ein verdammt großer Turm. Espinosa hat versprochen, dass er die Welt verändern wird. Keine Tornados und Hurricanes mehr. Oh. Und die meisten Menschen in Solis glauben... Scheiß Mio. Projekt Iapa wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Er wird funktionieren. Geschafft. Gut. Folge den Rohren. Dann lernst du die schwarze Hand kennen. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. Geil, der. Einfach nur geil. Einfach nur epic, Leute. Einfach nur epic, Leute. ja Blackwolves on butch Leute 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 dau 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 das kleine einem Ich glaubt gut da gibt wo du das Ziel gefunden hast. Geht das einfach, Leute? Von bestens ausgebildeten Söldnern, die von Espinosa kontrolliert wird. Seine eigene Privatarmee. Und noch dazu eine ziemlich gute. Nicht gut genug. Bein Kontakt verloren, neu formieren. Schauen wir mal. Ob mal sie wieder machen. Hahaha. Bin nicht fies. So. Ah, dumme geht's. Suche nach Feindbelden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Kein Problem. Zentrale, Feindkontakt. Ah, geh, ich bin noch kein Feind. Kloseunterstützung ist unterwegs. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaub nie der Feind. Ich glaub, ich bin neuer Untergang. Uuuuuh. Nein, nicht schießen. Hey, du bist größer. Willermot. Alle Einheiten in schwarzen Hand. Auf dem Gelände ist ein Eindringling. Tötet den Feind, bevor der nächste Test beginnt. Tötet den Feind. Tötet den Feind. Tötet den Feind. Oh scheiße. BAM! Hopp, hopp, geht's weg, hier ist ein Schachtler. Mir ist egal. Ja, mir ist egal. Der hat halt so geschissen. Ist das geil, Alter. Der beklemmt, der ist so schockt. Mehr nicht, mehr nicht, das ist alles in Ordnung. Der ist so schockt. Der ist so schockt. Der ist so schockt. Schönen Sie mal. Ich muss mir mal die Beine vertreten. Der ist so schockt. 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 Echt, boah. Haha, dann reißen wir uns gleich auf, Alter. Bam. Ups. Ups. Hä? Wo ist heute hier? Boah. Reißen wir uns gleich auf. Das geht gar nicht. Bop, 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 bop. Ah, und hin. Geh, bitte bitte, bitte. Ah, und hin. Perfekt. Woher die Gehölter liegt, oder? Tja. Geh, bitte. Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach ihm offen. Ah je, ich hab nicht mehr Angriff, die doch nicht eingestellt haben. Fangen erst kurz an. Ich bin gerade an. Leute. Boah. Geh, bitte. Hallo. Ich bin gerade an. Ich bin gerade nochемся. Ich bin gerade noch. Ich bin gerade noch. Ich bin gerade noch. Ich bin wiedergegangen. Ich bin gerade noch. Ich bin gerade noch. Wir haben hier, der Ergänzt. Okay. Da, Schalmau. Schalmau, das ist okay. Ok, mit der amteste Weg Ich könnte über die Entlüftung da hochkommen. Finde diese Konsole. Du solltest besser nicht da draußen sein, wenn der Test losgeht. Fast fertig. Okay. Ich finde die Konsole. Ich bin ein D-D. Alle frei. Wow. Yes. Ich glaube da oben ist der D-D. Okay. Okay Mira, ich hab die Konsole gefunden. Ich hab die Verbindung und ich finde Espinosa für dich. Du bist drin Mira. Okay, bleib in der Nähe der Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Alleinheiten, der Feind hat Zuckel auf das Netzwerk. Halte den Einrichtling um jeden Preis auf. Scheiße. Halte sie einfach etwas auf, ich finde ihn so schnell wie möglich. An alle Einheiten, töne sie den Einrichtling. Sie versuchen es doch schon, meine Liebe. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los Rico. Ich suche ihn. Da, lass dir ruhig Zeit. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dein Büro. Nein. Nein. Gestorben. Leute, ich bin gestorben. Ja. So. Lass den Like da. Ja. 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 Ja.